Ich frage jetzt, mag jetzt ich Lebkuchen, mag jetzt ich Schokokroßes oder mag ich Fifi? Ja, zu meinem Apfelfirsich, Minz, Traubengissen, Tränk passen, Lebkuchen nicht. Es ist, pass auf, Erfrischungsgetränk, Apfel, Pfirsich, Traube mit Minzgeschmack. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass das schmeckt. Aber ich hätte es vorher vielleicht probieren sollen und nicht gleich kaufen. Oh Mann. Da hab ich frischgebackene Plätzchen gekriegt. Ich hab in meinem früheren Leben den falschen Beruf gehabt, ich weiß das. Ich hab mal krass, muss ich jetzt kurz krass, da brauchen. Ja, ist okay. Ich weiß nicht, dass ich mal hin weiterfahren. So. Wo ist denn der zum Geh genuine klar? Ja. Du verstehst das nicht, lasst du dir immer abgefahren und den 여러분들? Wie so ein hiechstues Willi? Aber der Ate ist im Troparwerk drin. Ja, das wollte ich gerade vorfahren. Irgendwie mag ich gar nicht mit der Mais-Ernte anfangen allein. Also wir haben probiert mit dem Kroner, aber der Kroner hat ja im 7. Jahr so etwas, dass hier ein 7 oder 7 oder was breit ist. Jo, 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 jo. Halt, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, das ist wieder falsch. So, Schneidberg vom Krone. Das ist 6 Meter. Das passt aber auch hin. Ja, das ist relativ langweilig. Und ich hab mir ja das, ich hab ja den Big X, den 1000er als Watt. Und der hat ja auch das Schneidwerk vom 1000er und das passt genauso hier auf den Kleiner. Das ist aber dann größer, oder? Ja, 10,90 Meter, 10,50 Meter hat das. Ja, da geht schon was rein. So, ja. Hm, hm, hm. Ist jetzt doof, auskippen will ich das nicht, weil wenn ich das jetzt wieder reinkippe, dann saug der mir zu früh weg nachher. Da muss ich wohl oder übel, da muss ich wohl oder übel in den Sau einen Apfel beißen und einen Auflieger nehmen. Aber ich hab da keinen rumstehen. Aber ich hab da keinen rumstehen. Keinen Auflieger rumstehen. Warum hab ich keinen Auflieger rumstehen? Ah, ich fang nieder. Ich fang nieder, ich fang nieder. Oh, ich weiß jetzt was. Das ist saublöd. Das ist saublöd. Das ist saublöd. Ja, die kaufen wir noch. Jetzt sind wir morgens auf. Das war ich. Ich werde diejenige, und ich werde es nicht mehr können. Ich habe es nicht mehr leicht, aber ich werde es nicht mehr sehen. Ich werde es nicht mehr machen, wenn ich etwas feature! Hier sehen wir einen Tatra. Der Tatra hat eine Lenkachse. Ich finde den Tatra eigentlich ganz gut. Ich warte ja darauf, dass endlich der HKL kommt. Das ist ja eh ein Beta. Aber wenn der weiß, der würde man dann wunderbar umstellen. Ja, genau. Mit Getreidecontainer sind gegen 45.000 Liter rein, aber das ist wurscht. Das passt doch. Ja eben. Du kommst nicht. Also kannst du das. Und dass ich deinen Tod nicht alleine gohn bin damit. Wir sind riesig. Die Sendung geht's nicht. Ich bin nur eine große Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dolt. Die Sendung geht's nicht aus. Ich bin nur ein petals, würde ich viele, immer diese Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome-Dome. Ich habe hier allesстаточно. Jetzt geht's das Essensicht. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Ja, das war vielleicht brauchbar, heute ist es wieder neuer gekommen. Wir kriegen mal so eine Gruppe. 0 Jahren. Das war der Pflug, der Pflug im Endeffekt. Da geht wieder tief rein, ein Krati in Franken. Ich hab ja den Großen. 5,80 Meter, hinten dran an der Pflug. Ich hab zuerst noch einen für den mittleren Kup, für den K700. Aber das haben wir nicht genauscht. Den K700 hab ich hergegeben und den Pflug auch, weil ich brauch bloß einen Pflug. Gute Bewertungen, der Tatra Phoenix, 8x8 IT-Runner. Ja. Ja, der schaut da gut aus. Aber das ist halt immer nur ein Bett da. Weil das war genau das, was ich will. Verstehst du? Da kannst du nämlich alles draufladen. Da brauchst du nicht wieder extra alles. Nur Güllefass gibt es. Ja, Güllefass gibt es auch. Gülletank gibt es auch. Du hast, der, der, jetzt was. Ne, das hab ich ja momentan über den Holmer. Aber ich will ja vom Holmer da dann auch weg. Weil das ja ein Schmarrn ist. Wenn ich ein Fahrzeug hab und das dann mit dem Einzelteil alles machen kann. Jetzt warte mal. Der ist unter Kipper drin. Weil der große Kipper, da gehen auch neun 48.000 Liter rein. Der nimmt alles. Genauso wie der Getreide. Da kannst du auch alles reinschmeißen. Das allein wär ja schon viel wert. Was ist es, der kein Kennzell ist. Du hast es leid. Wie geht ja? Sie können auch hier sein. Guck dich. Du hast soела. Du hast dann versucht, der Kiefer steigt- Du hast eine ganz andere Kiefer steigt. Wie geht es. Wie geht es? Du hast es gelegt. So, Ja, wenn einmal endlich kein Bett mehr war, das war der Teil. Bis zum nächsten Mal. Ja, das werde ich jetzt auch machen, ich habe ein paar Semmerl da, ich hole mir jetzt den Käse, das mache ich, genau, das so mache ich es, ha, 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 schöne Biersemi dazu, ja, herrlich, die gibt es aber die Preisen nicht, Manu, bin gleich wieder da. Vielen Dank.